Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder die USA und wir spielen 3v3. Wir spielen alle die USA im Team. Und zwar Jake Fawcett und Tamer Field zusammen. Und wir spielen gegen Speedy Dryan und Gig Major als Wehrmacht und Grey Wolf als OKW. So, wir nehmen auf jeden Fall im Moment noch den frei benutzbaren Commander. Mit den schönen vorgeschobenen Bobo Achtern. Ich finde den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also sprich, wenn die in Deckung sind, dass sie dann einfach eine höhere Sichtweite haben. Ich finde das echt eine geile Sache, muss ich sagen. Das ist eine richtig geile Sache. So Aufklärung und so. Das hat wirklich mal eine Fähigkeit, die relativ häufig zum Einsatz kommt. Und dadurch natürlich auch sehr stark ist eigentlich. So finde ich. Okay, wie fängt er an? Er fängt so an. Und er fängt ebenfalls so an. Zwei Rickbooten. Oder? Hä? Da dauert noch. Ah, wir sollten uns eigentlich erstmal aufs Fuel konzentrieren. Bevor wir uns wirklich da irgendwie in die Richtung aufmachen. So, mal schauen, was hier so geht. Ich wette, dass wir hier gleich wieder mit MGs zu tun bekommen. Ähm, tja, lieber nochmal einen dritten Trupp. Besser ist das, weil der jetzt eigentlich schon ein bisschen spät kommt. So, also ruhig hier. Keine Mucke gerade im Anschlag. Oh, okay. Da kommen sie doch schon. Da kommen sie doch schon. So, geht mal vernünftig in Deckung hier. Ja. Da sind die, ja, da sind die Stumpioniere. Wie die immer besonders wehtun. Scheiße. Äh. Kommen wir auch genauso weg. Das hat nämlich keinen Sinn mehr dann. So, ballert sie weg. Ah, das ist gut. Das ist schon mal sehr gut, dass sie von uns ablassen. Geht mal ran hier. Zack, adi, zack. Gut, wie machen wir weiter? Fangen wir an mit ihm. Ja, ich glaube, wir machen das. Und dann lieber mit einem MG. Dass wir da so ein bisschen gegenhalten können. Er soll das auf jeden Fall erstmal nicht einnehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Aber. Wenn das so weitergeht. Wird er das verschaffen? Ja, wobei, geht eigentlich. Moment, wehren wir uns noch. Ah, Moment. Ich habe den rausgeschossen, den einen. Der Sack. Sehr gut. Geht mal hier rüber. Wir auch. Und hier kommt mal hier her und braucht man Treibstoffdepot. Beobachtungspaketen ausgerüstet. Ja. Sauber. Wollen wir das mal gleich nutzen. Du, 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 du. Am Norden sieht es nicht ganz so gut aus. Am Süden geht es scheinbar. So, ab nach vorne. Hm. Ist irgendwie gerade nichts zu sehen. Könnten wir ja eigentlich mal eben fix da unten unterstützen gehen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Na. Einmal hier schön über die Flanke, bitte. Hopp, 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 hopp. Jetzt so eng wie möglich hier dran vorbei, bitte. Du bist noch am Laufen. Du kannst mal zurückgehen. Und dann holen wir uns jetzt mal ein paar Suchas. Okay. Also wenn, dann sollten wir schön von hinten kommen. Ah, genau. Sowas zum Beispiel. Das ist genau das, was ich wollte. Ah, da. Da sind sie. Da sind sie. Da sind wir ganz gut gekommen. Jetzt muss er aber auch drücken. Oh weh, oh weh. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, dass wir das hier unten geschissen kriegen. Aber ich glaube, das haben wir dafür hier unten hingekriegt. Ja. Das dürfte uns sein. So, jetzt brauchen wir aber auch langsam echt mal einen Medic. Und wir müssen jetzt hier mal was einnehmen. So. Und ihr... Ach, jetzt hat er schon Treibstreit gebaut. Das wollten wir doch gerade... Ah, okay. Das sparen wir uns lieber. Das sparen wir uns dann doch lieber. Ah, haben wir ihn immerhin hier was ermöglicht. Das ist doch schon mal gut. So. Ihr könnt euch mal eine Bazooka krallen. So. Denen geht's auch gut. Ihr könnt auch mal weg. Genauso wie ihr. Hör zu, Kamera. Oh. Haben sie das Ding echt kaputt gemacht, die Scheune. Na gut. Das halten wir jetzt einfach mal einen Moment durch. Boop, 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 boop. Okay. So viele sind das ja gar nicht. Na. Okay. Da sind wir da. Na la, da sind wir da. So, wie sieht's aus? Wo bleibt ihr denn? Man könnte eigentlich mal so schon mal anfangen zu heilen. What? Okay. Also irgendwie können die nix. Die Jungs. Naja. Ach, guck mal an. Haben diese sogar in der Zeit fast komplett hochgehealt. Ah, bleibt eine letzte Truppe. Zwei Trupps sind ja noch auf dem Weg. Hihi. Da war ja was. So. Jetzt aber mal zügig hier, bitte. Na. Jetzt haben wir gar nicht genug, um alle auszurüsten. Na gut, das ist jetzt erstmal egal. So. Kannst du auch schon mal hier hin. Befehle. So. Du bleibst nochmal hier. Du bleibst nochmal hier. Dich werden wir dann nämlich gleich aufrüsten. So, jetzt sollten wir mal hier vielleicht mal nachhelfen. Dö, 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 dö. Äh, 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 äh. Besser ist das? Dö, 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 dö. Äh, der geht dann erstmal auf die Gruppe. So. Immer noch neun Muni, die fehlen. Ne. Neun Muni. Neun Muni. Fünf Muni. Vier Muni. Das muss schneller gehen. Da oben müssen wir helfen. Wobei der auch nicht groß anders ausgerüstet ist als wir. Und dann sammeln wir uns lieber hier mal. Ey. Dann haben wir mal so ein bisschen von der Seite kommen. So hoffentlich. Hier kommt dann ein Bunker. Da unten. Ein bisschen spät gesehen. Ja, den könnt ihr mal eben. Ne. Wollt ihr nicht? Macht ihr halt den. Ja, doch. Den da. Schießt den mal? Ach, der ist schon freigeschossen. Nice. Versuchen wir mal eben den uns zu krallen. Geladen und auflösen. Okay, das ist jetzt da holen wir uns doch glatten Trupp. Ah, fuck. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Schauen wir uns die blauen. Denn halt so. Oh, oh, oh. Da haben wir aber Oh. Wieso kommen denn die da jetzt noch? Was soll denn das? Ah, das war jetzt echt ein bisschen scheiße. Das war jetzt echt ein bisschen scheiße. Ah, gut, egal. Wir haben bis jetzt noch wenig für Anti-Panzer getan. Oh, krank. Ich hab vergessen, den links zu setzen. Scheiße. Das ist jetzt dumm gelaufen. Na. Versuchen wir noch so lange wie möglich irgendwie. Das haben wir jetzt ganz sauber verloren. Mal mal umpositionieren, bitte. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Was die da aufs Maul bekommen haben. Duh, 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 duh. Ei, 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 ei. Ey, wieso? Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Der Panzer muss jetzt echt schnell kommen. Der muss jetzt echt fix kommen. Zackig, zackig, zackig. Okay, jetzt haben sie natürlich Scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt haben sie doch was dagegen gebaut. Naja, egal. Was ist das mit dem gelben? Ist er das? Na. Ist er nicht. So, jetzt mal ganz schnell ran hier. Versucht mal euer Glück. Sehr gut. Das ist jetzt perfekt für uns. Dass die sich zurückziehen. Das ist sehr gut. Jetzt können wir nämlich unsererseits die richtig schön hoch und hier oben Terror machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mach einer. Ah, das ist egal. Oh. Da waren ein paar mehr. Bin mir jetzt nicht sicher. Genau wegen sowas. Genau wegen sowas. Nein, nein. Da musst du schon ein bisschen mehr machen als das. Aber. Komm schon. Wir müssen nur diesen einen Krupp da noch weg haben. Jo. Jetzt können wir zumindest so ein bisschen. Ja. Du musst dich wieder zurückziehen, wa? So, ein Scheiß. Das tut mir ja überhaupt nicht leid für dich. Ach. Überweck da. Na, komm schon. Oh, du schrillst dich aber auch gerade an. Komm schon. Ja, war. Du bist ja gut gesessen. Okay. Klappt noch nicht so ganz. Klappt noch nicht so ganz. Ist egal. Wir brauchen die jetzt hier. Okay. Das war jetzt bitter. Oh, wieso werden die dann abgefangen? What the fuck? Scheiße. Scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Der Gelbe macht aber auch irgendwie gerade nicht so wirklich viel. Okay. Da müssen wir dann einfach mit Masse kommen. Dann gucken wir mal, wie lange er dagegen hält. Oder dagegen halten kann. wenn wir das wirklich so abziehen. Aber wow, das wird nix. Wir müssen auch Treibstoff holen. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Aber da haben wir jetzt gar nicht die Zeit für. Mann, das ist ja schön und gut alles. Aber das bringt uns auch nicht viel. Wenn, ja super, die Deckung wegschießen ist richtig. Erstmal, wenn du auf die richtigen schießt. Mann. Meine Fresse. Das war jetzt echt scheiße. So, mach die weg. Und zwar zügig. Und die jetzt bitte auch. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Heck hier. Nein. Halt. Du solltest dich gar nicht bewegen. Jetzt mal wieder. Danke. Okay. Die haben wir auf jeden Fall verdrängt. Zumindest erstmal. Repariert ihr auch mal bitte. Ihr solltet reparieren. Genau. So. Du, 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 du. Nochmal umbauen hier. So, wie sieht es hier aus? Zum schneller gehen. Viel schneller. Jetzt müssen wir da mal echt reinlinsen. Die müssen jetzt mal ganz schnell weg. Ja, 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 ja. Hab's gesehen. Dass du dich zurückziehst. Also ist das. Wenn wir das jetzt auch tun. Was? Oh fuck. Da ist ein Panzer. Den hab ich jetzt nicht gesehen. Den hab ich jetzt viel zu spät gesehen. So, dann schalten wir mal lieber einmal um. Ah, scheiße, ey. Haben wir jetzt echt Panzer verloren? Wir kriegen auch noch Aufmerksamkeit. Aua. Äh, das ist doch nicht wahr hier. Gebt den. Nein, gebt den nicht. Haut mal lieber ab. Oh fuck. Oh fuck. Das war jetzt super. Super Timing. Und den Moment, wo wir umgeschaltet haben. Ja, ganz scheiße. Ja, ganz scheiße. Ja, ganz scheiße. Ein Panzer verloren. Ah. Okay. Holen wir uns mal hier so ein Antitankeschricksbums. dass wir uns da dann doch nochmal irgendwie vernünftig gegenwehren können. So kann das ja nicht weitergehen hier. So. Na. Die werden wohl schon fast zu spät kommen. Ab immerhin haben wir jetzt den Süden und den Norden wieder. Sowohl als auch. Weil mir eigentlich der Siegpunkt gerade lieber wäre. Muss ich mal so sagen. So. Oh. Das Ding ist sogar beschädigt. So. Wollen wir mal gucken hier. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aua. So haben die schon so viel Schaden schon wieder gemacht. Oh. Na. Schießt ihr mal? Bisschen spät. So. Wenn man jetzt da tot. Warum dreht der so behindert? Mann. Also manchmal da kann man da nicht viel zu sagen. Was die da treiben. Meine Güte. Da ist der Jagdpanzer. Das ist schon mal gut. Haben die sich jetzt so weit zurückgezogen? Ich schätze mal nicht. Da ist ein Panzer. Gucken wir einfach mal. Wie weit wir das hier so durchziehen können. Entsichern und laden. Auf uns wartet eine Schieferei. Okay. Ob das so gut ist. Das bezweifle ich jetzt einfach mal. Überraschung nach hinten. Auf geht's. Oh oh oh. Wir müssten eigentlich nur mal irgendwie mit Artie den einen Typen da mal ein bisschen penetrieren. Panzer bereit. Damit den Pucks wenn wir den weg hätten. Ach. Was hat der denn jetzt hier? Immerhin wissen wir was am Panzer da stehen. Ja. Da kommen sie. Oh 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 oh. Das ist jetzt ganz bitter. Wie weit kommt er denn da eigentlich? Mal mal interessant. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja. Mach den weg. Super. Nicht so weit. Nicht so weit. Mein Freund. Nicht so weit. Wir brauchen hier schon ein bisschen Sicht. Genau. Richtig angeklickt. So. Gucken wir noch mal hier drüben. Was hier so geht. Okay. Da werden wir aber nicht so viel anrichten. Da sollten wir mal lieber weg. Da sollten wir mal lieber weg. Da. auch. Die hat er glaube ich noch gesehen. Okay. Das ist nicht so schön. Na gut. Wir warten jetzt einfach ein bisschen. Wir warten jetzt einfach ein bisschen. Das hat ja gerade sonst keinen Sinn. Ich bin mir gerade nicht sicher, was die jetzt vorhaben. So. Wir vielleicht doch noch ein bisschen warten. So. Komm. Mach den mal eben schnell fit. Ah. Wobei das auch irgendwie ein bisschen dumm ist. Können wir nicht nachrüsten. Nein. da. So. Braucht er Hilfe? Braucht er nicht Hilfe? Ah. Ich schätze mal schon. Schicken wir mal unseren einen noch hoch. Mach den eh. Lass uns schneller gehen. Brauchen den. So. So. Andern holen wir dann auch noch hoch. So. Dann. Machen wir hier einfach mal einen kleinen Vorschluss. Ach. Mist. Egal. Ich will jetzt hier Sherman über Macht anfangen. Wieso zieht er sich jetzt komplett zurück? Warum? Wir machen doch jetzt hier Offensive dachte ich. So dachte ich. Ah. Verziehen sich mal. So was ist jetzt? Offensive go go oder was? Machen wir mal hier einen Überflug. Oh. Genau so was. Genau so was. Perfekt. Einfach mal rüber. So. Hinterher Jungs. Hinterher. Einfach hinterher. Da ist nix. Da ist meilenweit nichts. Gas los, 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 los. Sehr gut. In Bewegung. Ziel ausgestattet. Willkommen rein. Los, bring uns aus der Ecke. So. Ich mir jetzt nicht sicher, wenn das das jetzt hier ausschaut. Waffen laden. Alter, ist der so blöd. So ernsthaft. Jetzt ernsthaft. Okay. Das ist doof. Ey, also manchmal die PIs, ne? Unglaublich. Ey. Jetzt haben wir den auch noch verloren, weil ich nicht aufgepasst hab. Alles nur wegen Unaufmerksamkeiten. So. Müssten wir auch den Panzer. Vielleicht der andere. Ach nee, den anderen Panzer haben wir ja noch. Hört mir gerade auf. Wir haben uns ja nur... Genau. So. Zwei Panzer haben wir noch. So. Jetzt müssen wir aber auch mal nachsetzen. Eigentlich. Irgendwie. Ja komm, wir machen das mal. Das machen wir jetzt mal so. Die sollten das ja wohl jetzt einnehmen. Da sollte ja wohl auch nichts mehr sein. Ach, guck an. Da werden wir noch mal ganz schnell hin müssen. So, kommt. Ah, da kommst du mal hier hin. Macht euch bereit zum... So. Ihr könnt euch das mal krallen. So. So. Gott. So, ja wohl nicht hier. So, ja wohl nicht hier. Au. Ach, Mann. Immer wieder wegen so Kleinigkeiten. Egal. 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 Wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen durchhalten, anfangsstrichen. Halt. Wo wollt ihr denn ganz hin? Ja. Genau. Wow. Okay. Das sind ein bisschen viele, anfangsstrichen. Das sind sehr viele. So, komm. Da läuft noch eh da rein. Seht ihr das doch. Sehr gut. Ey. Was ist mir meine Truppen heil? Gruppe sieben. Oder wie? Oh. Wäre ich mich denn Gruppe sieben sein? So. Dann müssen wir mal eben hier rüber. Wo geht das ja nicht? So. Hop, hop, hop. Oh, Sherman. Wenn wir ein bisschen mehr Manpower hätten, dann hätten wir auch schon ein paar mehr Sherman auf dem Feld. Na ja. Egal. Okay. Tja. Läuft nicht, wa? Läuft nicht so. So, die sollten sich schon mal lieber zurückziehen. So, wir müssen uns eigentlich nur noch hier. Quasi eine Sicherung anstellen. Dass sie hier jetzt nicht irgendwie nochmal rankommen. Oh, was ist denn da im Süden los? Okay. Das ist ja jetzt nicht ganz ohne. Lülülü. Macht mal hinne. Ah. Das hört sich aber... nicht gesund an. Also wenn ich's gerochen hätte. Das dürfte nicht allzu gut treff... Ah. Treffen. Magret. So. Ui, 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 ui. Ui, ui. Oh, 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 oh. Nicht drauf gehen, Jungs. Nicht drauf gehen. Mhm. Au. Okay, das war jetzt... Au. Da fällt mir jetzt gerade nicht viel zu ein. Das haben sie gut gemacht. Oh, Königstiger. Dann ist natürlich... Auch nicht ganz so verwunderlich, dass wir das so aufs Maul bekommen haben. Den hab ich ja jetzt nicht gerechnet. Nee. Nee, nee, nee. Ja, ist erstmal egal. Würde ich mal behaupten, dass er unten verloren hat. Wir haben hier oben jetzt gerade gut zu tun. Das war richtig zu tun. Oh weh, oh weh. Na? Ja, super. Man sollte natürlich auch treffen. Das soll helfen, hab ich gehört. So, Jungs. Jetzt nochmal... Ne? Einfach mal ein bisschen rauf. So. Jetzt sollten wir dann auch nochmal umschalten. Und jetzt nochmal nachhelfen. So. Komm, komm, komm. Super. Jetzt ist die Zeit gekommen. Komm schon. Den hat er auf jeden Fall. Das ist gut. Das müssen wir aber auch hier nachsetzen. Das wär's halt. Na? Was ist jetzt los? Mach keinen Scheiß hier. Was ist das jetzt für ein Leck? Ach. Oh. Drück den rein, drück den rein, drück den rein. Wow. Irgendwie leckt das hier gerade. Mit den Befehlen so ein bisschen vor sich hin. Äh. Shit. Müssen wir das Ding ja noch einnehmen. Wir müssen die ja noch einnehmen. Fahr doch weg. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Jetzt müssen die Panzer aber Gas geben. Jetzt müssen sie aber richtig Gas geben. Oh weh, oh weh, oh weh. Na, ob wir da noch rechtzeitig jetzt ankommen und da noch was ausrichten können. Und das Problem ist, dass er jetzt hier oben dann alleine gelassen werden muss. Was natürlich auch überhaupt nicht gut ist. So. Jetzt können wir ja noch mal gucken. Zu den Charmen. Okay. Oh. Das scheint ja jetzt irgendwie nichts mehr zu sein. Komm, jetzt nimm das doch einfach mal ein, Junge. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Das tut mir ja leid, aber es geht nicht. So. Wir müssen jetzt die Sicht machen für unseren AT-Panzer. Anders geht's nicht. So, hopp, hopp. Das hört sich nach AT-Panzer an. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann da jetzt auch nichts gegen machen. Ich muss jetzt hier auch nur reagieren. Das andere, ich bleib mir jetzt auch schon fast gar nicht mehr über. Oh weh, oh weh. Jetzt müssen wir uns hier nochmal neu sammeln. Oh, oh, oh. So, ab zur Insel. Und hoffen, dass jetzt hier nicht allzu viel geht. Okay. Das ist schon mal gut. Ganz schnell mal die Insel einnehmen. So schnell es geht. Oh man, oh man. Okay. Das hat wehgetan. Also da haben sie sich noch verpunkert. Das ist natürlich gar nicht so gut. Das wollen wir hier nochmal. Kannst du den sehen? Das war halt geil. Na komm. Was sind denn die jetzt? Oh fuck. Ja, das war jetzt super geil. Vor allem, was macht ihr denn hier? Der hat den da eingesperrt, oder was? Oh, danke. Nein. Das werde ich bestimmt nicht tun. Vergiss es. Oh, Königstiger. Nicht dein Ernst. Äh, Königstiger? Königstiger? Puh. Kann nochmal versuchen. Irgendwann nochmal hier so ein bisschen. Das bringt gar nichts. Der wird jetzt einfach zusammengeschossen. Ja. Das bringt's nicht wirklich. Das bringt's grad nicht wirklich. Oh weh, oh weh. Jetzt hat er seine ganzen Panzer verloren. Ja. Da kommen wir auch nur noch ein Schuss raus. Vielleicht noch einen zweiten. Dann können wir auch abhauen. Ja. Und tschüss. Vergiss es. Also aufgebenwärtig. Was soll das? Seid ihr doof? Alter. Seid ihr denn bescheuert, ey? Tolle Wurst. Das war... Ja, das nervt mich jetzt grad. Mann, 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 Mann. Nur weil die aufgegeben haben. Was hat der da im Süden für einen getrieben? Hm. Ne, das war nicht schön. Das war echt nicht schön. Vor allem das Ende, das war unnötig. Der Angriff da an die eine Flanke, das war total dämlich. Meiner Meinung nach, also in die Basis, das war doof. Die hätten das Spiel nur noch länger halten müssen. Irgendwann hätten die kein Geld mehr gehabt. Zumindest der eine, nicht der Grey Wolf. Naja. So ist das halt, so ist das halt. Ich hoffe trotzdem, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf bald! Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.